Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlays. Leute, wie gestern angesprochen, gibt es heute ein richtiges Basher-Gameplay. Wir sind zu dritt unterwegs, haben 220 Kills zu dritt. Jetzt ist auch gerade der Livestream angegangen, diese Sekunde. Also kommt auf jeden Fall Livestream vorbei, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ganz viel Spaß dort, gestern hatte ich Stream frei, deswegen gehen wir heute mal wieder richtig rein, Freunde. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Gameplay, gönnt euch jetzt auch mit der Titan schön reingeknallt, die wahrscheinlich bald gepatcht wird. Und da ist auf jeden Fall gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan... Hä, was? Ja, wie du es noch am Ende hinzugefügt hast. Das Atemgeber hat. Okay. Okay, let's go. Jetzt geht es mit Agenten-Mod los, aber anderes Ironside jetzt auch, denke ich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. VK Pro ist bei uns. Das Matchmaking meint es gut mit uns. Oha, das Ironside ist jetzt rund vorne, oh mein Gott. Aber Tony Cousan ist ein Gegenteam. Ja, egal. Müsst du raus, Eklund. Der hat nur viel Game-Time mehr, ist das nicht. Richtig, was das? Ich bin so gespannt, es mit der Waffe zu schießen. Okay, die sind die beste Spieler dabei. Hör auf. Bro. Mann, ich fühl mich so wohl mit der Titan einfach. Komm, ich level dir jetzt einfach auch, scheiß drauf. Kannst du einfach, wenn du unsere auf dem Boden findest, die aufheben. Die hat ja volle Aufsätze. Und levelst du dir auch. Ich merke jetzt noch keinen Unterschied zu der anderen Waffe, außer dass ich hier einen Aufsatz weniger habe. Und das Ironside anders aussieht, ist aber beide so gut. Bro, nee, ich finde die Ohne das ist besser, Digga. Da hast du auch mehr Mundi in der Klasse. Oh, Mann, er snipet. Oh, die Gegner geiern wieder. Meine Drohne war so schnell unten. Wenn man Leute anschießt, verschwimmt deren Bild. Lol. Beste Digga. Die Ohren mal gut auseinandergenommen, würde ich sagen. Das Spawn wieder C, oder? Lol, da sind einfach nochmal alle gespawnt per A. Okay, rappt er dann, wenn du das schon so sagst. Kommen die über Blue? Ja. Nein, bitte nicht. Mit Map, Map, Map. Jo, ist absolut. Zwei sind ganz rechts mit Map. Sollten wir vielleicht die Flagge einnehmen, oder machen wir den Glitch einfach? Wir können auch zweite lange Halbzeit machen. Ja, machen wir das. Dann müssen wir zweite Halbzeit aber B um Mutters Ehre verteidigen. Die dürfen die nicht einnehmen. Weil sonst zu schnell geht, oder? Ja. Ja, weil die machen jetzt viel Punkte, weil wir nicht mehr Abelcamp haben. Ja, unser Teammate nimmt aber Spawnflagge ein. Egal, können wir B trotzdem offen lassen. Ey, Digga, das kriegst du auch nicht, Mann. Warum snipe denn mich so hart? Aber geil, da komme ich auch nicht gut klar. Ich bin nur noch zum Sterben irgendwie gerade immer pünktlich. Aber das ist wie früher, Leute. Das ist wirklich ein Spot wie früher. Und Albers, und die jetzt? Keine Ahnung. Halbzeit 1 bin ich auch echt noch überfordert. Halbzeit 2 würden jetzt die ganze Zeit weiter dabei ausfahren. Ja, nicht die ganze Zeit. Also es ist nicht mehr so heftig, wie es gestern vor 19 Uhr war, als wir gespielt haben. Aber, äh, es ist schon echt viel besser als in Halbzeit 1. Ah. Er snipet mich. Ja, zwei Gegnerkarten nur noch fürs Join, aber drei neue. Ja, ja. Abu, das ist doch das Lustige. Kennt ihr diesen Mittag, dass man Triple-Nuklass früher immer gegen diese arabischen Lobbys erspielt hat? Das war, bei meinem Triple-Fail war es auch so, es waren fünf arabische Namen. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Äh, Dingens, äh, zockte die Titan ohne Aufsätze, ja, ne? Äh, ohne, ohne Rotpunkt. Ja, ohne Rotpunkt. Ja, hab ich mir schon gedacht, weil das Ironside ist schon ziemlich krank. Ja, das ist schon echt gut. Jetzt halt, du musst dir halt forschen, dieser Agenten-Mod an, dann hat noch ein anderes Ironside. Noch mehr wie so die Hamre früher. Aber die Hamre fand ich nicht so ein geiles Ironside. Ja, ich find das, ich weiß noch nicht. Aber wenn ich halt jetzt weiß, dass das Bild der Gegner verschwimmt, wenn ich auf sie schieße, mach ich das irgendwie geil. Dieses Alman gejoint, ist perfekt, Digga. Das beste, genau das Gegenbeispiel. Äh, die spawnen bei mir nicht mehr. Ich hoffe, sein Bild war richtig verschwommen. Ich hoffe, sein ist auch richtig verschwommen. Nein, ich wurde gesniped, wann ist denn solche Opfer, Digga? Mann, Alter. Dominik, sag mal, wie verschwommen ist das Bild von dem Typen, wenn ich auf ihn schieße? Ja, Spawnflip, Digga. Ah, die in meinem Arschloch sind gespawnt. Extrem verschwommen. Ja, ja. Ey. Ah, schade, sein Bild war nicht verschwommen genug. Okay, das heißt, es ist so richtig unbalanced. Und das gefällt mir. Da ist der Punkt, wo mein Penis immer steifer wird. Da ein bisschen. Ungepatcht, unbalanced. Ja, ja, ja. Die ist halt geisteskrankt, die Waffe, ne? Das muss man schon so sagen. Sie ist halt viel besser als alle anderen Waffen. Auf Close Range gibt es vielleicht ein paar Waffen, die sie outgunnen. Aber... Ich habe im Video heute extra gesagt, alle Waffen sind balanced. Lull. Ja, ich habe es gehört. Oh Mann. Du weißt, wenn ich es nicht gesagt hätte, was dann passiert, ja. Ja. Leider, leider. Das ist der Grund, warum du mir die Krasse nicht mehr sagen wolltest. Am Anfang so. Ich will es mal sehen, aus seiner Sicht, wie verschwommen das Bild war. Absolut nicht verschwommen. Aber vielleicht sieht man es auch in der Killcamp nicht. Weiß man nicht. Die Sache, das Schlimme wäre, wenn die Leute dann alle Titan spielen. Die Leute sind auch, weil es einfach eine LMG ist. Alle werden campen, alle werden headglitschen, upaimen und so. Alle werden richtig slow pace spielen, weil es keine Submachine Gun ist. Deswegen es wird richtig eklig, wenn die das nicht schnell genug patchen. Ich habe das, menschlich gesehen, ziemlich enttäuscht. Die werden das eh patchen. Ne, ist auch so. Das wird mich ja lauenbauernd. Die auch wird in einem Monat so useless sein. Die wird so absolut 25 Schuss mit Extended Magazin haben. Ah, das ist dann nochmal für 100 Bits. Das ist jetzt lustigerweise ohne den Agenten. Oh. Hm. Das muss ja schön aussehen. Oh, okay. Oh, Dicke, die Lobby ist allzu krass, ne? Jungs. Guckt's mal an. Das ist schon echt gut. Jetzt zweite Halbzeit gut trappen. Die Mates nehmen hoffentlich nicht B ein. Oder beziehungsweise erstmal nicht B ein. Man kann auch so durchlaufen, ich hab's geworfen. Schubt auch einen an den Map. Macht ihr den? Ja, lasst die A einnehmen. Perfekt. Und jetzt trappen wir die Jungs. Jetzt müssen die eigentlich echt gut spawnen. Ich übernehme derzeit die rechte Flanke. Ja, okay. Die Teammates pushen rein. Wenn die Teammates halt reinpushen, müssen wir ein bisschen zurückgehen, dass die von den Gegnern getötet werden. Ansonsten nehmen die Verrückten immer die Flagge ein. Boah, ich hab irgendwie, ich glaub das trappen bei mir noch nicht so gut, noch kein Kill, ne? Muss nachladen. Sollen wir B sichern oder nicht? Nee, erst so bei 130 Herschatzpunkten, müssen wir ein bisschen dran denken. Also wenn wir 130 haben. Außen. Boah, zeigt sich doch. Früher wär das gegangen, man, da durchzuschießen. Guck mal, wie er... Guckt euch das an. Erst einer. Nice. Mitte kommt einer, ich hab Mitte, ja. Ja, ein Teammate. Ich mein doch nicht. Der, der hat so viel Schuss, alter, das ist ja nicht mehr feinlich. Du hast nicht mehr Extended Mags oder Extended Mags. Jungs, ich bin schon wieder auf Brutal gestorben. Ich muss nachladen. Fuck, der, hättest du was gesagt, was, jetzt hätte ich dir mehr geholfen. Ja, da konntest du auch nichts für. Der Gegner ist direkt vor mir gespawnt. In dem Pieck. Ja, ja, das ist ein Sofiex-Von. Oh, mein Spot ist viel zu dangerous, viel zu dangerous, egal. Nein, Jungs, was ist das denn? Ey, Mann, ich schwör, das ist doch lächerlich. Stolperfalle, ich hatte auch Skubel los. Genau, tot. Mann, Alter, das ist richtig, wie's hoch. Scheiß Stolperfalle packt. Ah, okay. Packt doch ab, die Stolperfalle mal an. Wer ist denn da? Ganz links spawnen die schon wieder in dem Viereck. Mann, das ist echt gefährlich, da in dem Viereck. Hast du den hinten, der Blue? Ja, einen habe ich da oben. Oh, er snipet mich. Oh, man kann jetzt immer noch eine Nuke machen, Digga. Wir können hier auch noch was schnell spielen. Aber wir müssen gleich B einnehmen. Ist da die ganze Zeit hinten ein Spawn, Digga? What the fuck? Die Vantmates gehen die ganze Zeit ein Spawn. Werfen, der hat mich gerade so angeschlossen, der da hinten. Bei dir ist er ein Viereck. Hast du den schon? Ja, den habe ich. Vor allem macht es so ernst, Jungs, das ist ja nicht mehr lustig. Ah, Digga, Mann, er hat jetzt so ein Fullshit-Drum, die ich kriege. Ja, war klar. Stolperfalle, natürlich. Stolperfalle, vermisst mir alles, Digga. Ich glaube, das ist vorhin, das ist da, ne? Scherlich. Lul, Jungs, äh... Oh mein Gott, alle hinter mir gewesen bei Blue. Holy moly. Was für Bären, ja. Was für Bären, ja. Wir müssen nur Blue pre-aigen, nicht mit Blue. Ja, okay. Oh Gott, schützt. Ist ja ehrlich, nicht mehr normal, wie man hier spielt, ne? Aber hier fehlt jetzt Extended Max 2 komplett, jetzt gerade. Oh, die machen richtig. Wie er mich snipen will, man, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe am Police-Car, die pushen. Warte, ich komme. Ich muss rechts rücken. Ich habe alle angeschossen und du kriegst die Kills. Ja. Ehre, Anton. Da ist irgendwo einer hinter der Wand, ich war-bang ihn. Da ist Weed. Und noch einer ganz rechts. Eine läuft eh komplett rein. Das war so schwarz, Jungs, ich mein's ernst, ne? Ja, die Lobby ist auch gerade echt richtig geil. Oh mein Gott, das war so groß. Die Gegner lassen sich gerade töten. Police-Car ist wieder offen, Jungs. Aber Anton hier wieder seinen Spot verlässt. Man braucht hier echt eine Zweitwaffe, Leute. Ohne Witz, Mann. Titan, Overkill. Andere sind Geld. Nein, ich bin noch mal auf 15, ne? Da warte ich. Hier kommt keiner. Nein, ich stehe wieder. Links, vier, gespawne, vier, gespawne, vier, gespawne. Bitte lade schnell nach, jetzt. Okay, das passt. Oh mein Gott, ich bin so absolut wegen der Mitte. Da pusht sich einer, Marcel. Noch einer, noch einer. Auch einer, ganz dann unbedingt. Wenn ihr wollt, wo, wo. Mein Gott, Police-Car ist offen. Oh mein Gott. Bisschen wie vorsichtig die hier hochgucken die ganze Zeit. Oh mein Gott, so One-Shot. Nein, nein, einer ist durchgekommen. Oh mein Gott, das ist so cool. Aber es macht so Spaß, Jungs, ohne Scheiß. Es macht mega Ultra-Bug. Ja, Mann. Ja, Mann, die Lobby ist halt einfach neu. Schwitzen wie in ganz alten Zeiten. Oh mein Gott, wie die alle die rechte Treppe nehmen, Digga. Och Mann, ich sterb schon wieder auf 20er. Ich ess gleich mein Mikrofon auf. Ich schwör's euch. Das kann nicht sein. Ich hab das auch mal wieder gemacht. Perfekt. Ey, Mann, ich schwör, ich bin grad. Ich kann nicht so Pech haben heute. Es ist mir echt nicht gegönnt heute. Police-Car kann man halt anders headlitschen, ne? Ja, aber Police-Car ist echt gefährlich, weil sie da immer in diesen PX fahren. Oh Mann, ich glaub, ich krieg gleich einen Orgasmus. Das macht so viel Spaß, Jungs. Wann hab ich das letzte Mal in COD so viel Spaß gehabt? Die werden so geschlachtet. Das ist so schön, so viel Roadshow. Die werden so viel geschlachtet. Oh, einer ist durchgekommen, den hol ich mir. Na, wo willst du denn hin, mein Freund? Oh mein Gott, das war ein Fieber-Eck. Alter.